Der Ruhetag Der Ruhetag im christlichen Glauben der Sonntag Schabbos wird gefeiert und gestartet mit dem Lichterzeug Dabei ist das Brot abgedeckt Wir konzentrieren uns nur auf das Gebet der Weintracht Mekadeli Shabbat Amen Jawohl! Amen Alle Steine gucken, es hat immer irgendwie eine Symbolik Oftmals sieht man auch dann einfach jüdische, wichtige Gegenstände vom Judentum wie der Davidstern, wie der siebenarmige Kronleuchter wie auch Steine, die einfach drauflegen, was der Fried produzieren soll und sieกern Nichts Jetzt Träger Die Im Dramat Fremd Die 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 Ich weiß nicht, was ich genau... Ja!